Starten und die Startnummer 107, Jutta Ebert mit Koko. Bereit machen sich bitte die Startnummer 106 bis 120. Das wusste ich, so geht es mir auch. Deswegen stelle ich mich wieder anders. Völlig von der Rolle. Völlig von der Rolle. Ja, dieses Team leider auch mit einem D im Ziel. Völlig von der Rolle. Bis zum nächsten Mal.